Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Freunde, als Präsident der Verband Europäischer Freilichtmuseum ist es mir ein großer Freude, die Gratulationen von dem Kollegenmuseum zu überbringen. Herzlichen Glückwunsch mit dem 50-Jahr-Geburtstag. Das Freilichtmuseum Lippenwald ist weit bekannt als ein Top-Museum, nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa und im ganzen Welt. Die Begründungen sind erstens der durchgearbeitete und durchgeführte Plan des Museums, der den Besuchern ein authentisches und totales Erlebnis geben. Zweitens, die erstklassige Qualität der Dokumentation und Forschung. Drittens, die hohe Qualität der Bewahrung. Und viertens, der Mut und das Vermögen, eigener Weg zu gehen, im Hinblick auf ein ständiges Wetterumstern zu weinen. Als Sie zweifellos bemerken können, ist mein Deutsch sehr primitiv. Ich habe wieder gesagt, wir sind schuldigen, dass ich aus Englisch-Wetterumstern bin. Für mich ist es ein Freude zu sein, dass du wieder in den wunderbaren Denkmonten bist. Ich habe das Freilichtmuseum in 2005 besucht, und es war wirklich eine impressione Erfahrung. Ich war sehr impressionant, dass ich such an extraordinarily well-planded und well-kept und well-researcht Museum. Ich war auch sehr interessiert, bei der scale. Und erst und vorerst, ich war sehr interessiert, bei der Variety der Museums-Storytelling. So, das ist mein zweitens, und ich werde wieder auf der dritte Besuchern in August mit der meisten von meinem Team aus Denmark. Denn ich denke, dass wir, in meinem Museum, können viel inspiriert werden, aus dem Freilichtmuseum in Denmark. In unserer Association of European Open-Ear-Museums, wir sind beide Kollegen und Freunde. Wir treffen uns an unseren bi-annualen Konferenzen, wo immer mehr als 100 Professionals von den meisten innovativen, entrepreneurialen und inspirierenden Museums-Storytellingen, wir haben, mitzunehmen, 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 mitzunehmen und mitzunehmen. Personally, I have enjoyed my membership very much, and I am sure that my museum would not have been the same today without the inspiration from this wonderful community of museum friends. Some of my very good colleagues and friends come from Freilichmuseum Dittmuth. Allow me, in particular, to mention the former director, Prof. Stefan Baumeier, and the director since 2005, Dr. Jan Kastelsen. Dear Stefan and dear Jan, you have both been highly appreciated members of the Association for many years. Stefan for more than 25 years, I think, and yet for up 10 years. You and your museum have arranged conferences and workshops, and you have both been good colleagues, always willing to help and to give advice to colleagues. Stefan Baumeier has taken his turn on the board, and has since 2005 been an honorary member. Jan Kastelsen has been on the board since 2003, and is now vice-president of the Association designated to take over the Presidency in 2011. I would like to use this anniversary to express our gratitude to Stefan Baumeier and Jan Kastelsen for their excellent work and friendship. Here in Dittmont, you know that open air museums are very special. One of our English colleagues, Peter Lewis, once said it this way, Open air museums are to museums what the elephant, giraffe, or hippopotamus are to the zoos. Large and very popular creatures, but also expensive to feed and maintain. Here in Dittmont, you all so know that open air museums are important, because they are a museum about people and for people. In open air museums, we do not make museums for curators, keepers, or museum directors. We make museums for people, because we believe that history is important to all of us, making us learn more about ourselves, and putting ourselves and our time into perspective. And I think that's why we all wish to reach out to as many people as possible, even to people who are not really interested in museums. Zum Schluss will ich nochmals zu deutsch wechseln, um meine offizielle Koalition zu produzieren. Im Namen aller Mitglieder des Verbandes Europäische Qualitätskursien herzlichen Glückwunsch mit dem 50er-Artsgeburstag. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.